Seid ihr bereit? Und los! Ich gebe euch den Verlust, um zu erzählen, die meine Geschichte zu erzählen. Ich gebe euch den Verlust, um zu erzählen, die ich denke, wie du denkst. Ich denke, dass ich nicht mehr zu erzählen, wenn ich nicht mehr zu erzählen, wenn ich nicht mehr zu erzählen, wenn ich nicht mehr zu erzählen.